Herzlich Willkommen bei Stumpfestrumpf. Heute spielen wir wieder Wasanne mit Ray und Sonix 5.5. Ich bin der Nissan Raider und es geht ab. Das sowieso. Ja, wir spielen wieder den Arcade-Modus, denn hier geht mehr, wir wollen mehr und wir failen hier mehr. Besonders ich. Und wir spielen wieder aus meiner Kameraperspektive, weil Steven immer noch einen Holzrechner hat. Ein Hochgenuss für die Zuschauer ist das auch immer, wenn sie dir zugucken dürfen. Ja, ein Hochgenuss. Oh, schöne Karte, die kenne ich noch gar nicht. Irgendwas muss ich ja auch hier zu beitragen. Wenn ich schon nichts treffe, dann muss ich zumindest geile Videos aufnehmen. Ja, aber es wird ja immer der gemobbt, der den schlechtesten Rechner hat. Auf jeder Laden war das so. Ja, dann kennst du das ja schon seit Jahren. Äh, nein. Ich hatte immer den zweitschlechtesten Rechner, ja? Ich war immer aus dem Schneider. Ray, fliegt dir mal hinterher. Ray war immer der, der per Knopfdruck hier einen Blue Screen hatte, bevor er so lange nach Windows 98 und dann XP hatte, glaube ich auch noch, ne? Mit meinem epischen Hacker-Tool. Ray, du hast ein Blue Screen, nein? Klick? Ja, gute alte Zeit. Okay, ähm, Ray, auf wen gehst du denn? Äh, ich wollte auf Vantage 2 hier. Vantage? Ja, das sind wir schon mal aus dem Schneider, wa? Der sieht so aus, als wollte er auch's Maul haben. Ja. Oh, ich mach hier fast ein Looping, ey. Ich werde immer langsamer. Na? Nein. Na? 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 Los down. Los down. Los down? Los down, sag ich. So. Los down, wollte ich spielen. So. Nappers. Komm mal her, Junge. Klatsch gleich. Also, ich bin immer noch an die dran. Oh, da ist... Kommt der... Oh, das ist aber eine extreme Geschwindigkeit, die hier gerade... Gibt's doch nicht. Oh, und, und, und... Krasser Flaggbeschuss. So, zack, MG durchgeladen, nächste Runde. Was ist hier los? Schnelles Nachladen ist bei dir Elementor wichtig. Ja. Und die Trifft muss man schnell nachladen. Richtig. Das verstehe ich aber eigentlich mehr auf Flieger, die schnell schießen, oder da wurde ich abgeschossen. Oh, da wurde ich abgeschossen. Oh, da wurde ich abgeschossen. Oh, da wurde ich abgeschossen. Von was wurde ich denn abgeschossen? Vom Cargo-Schild wurde ich abgeschossen. Nein. Mein bester Flieger. Ach du, du. Das ist nicht lustig. Doch. Solange es nicht mir passiert schon. Das gibt's doch nicht. Jetzt krieg ich wieder den... Komm, den zocke ich mir. Hm, das ist echt ein Problem. Ja, noch ein Assist für bekommen. Noch zerrissen, das Ding. Nächster. Next. I want to kill 3 in Zeitlupe vor dem Gegner, ja, aber... Wow. Deshalb spielen wir ja auch aus meiner Kamera. Gleich hat er mich, glaube ich. Da ist er vorbei. Das ist jetzt richtig. Wir sterben. Drei, zwei... Ray, ich rette dich! Da kommst du zu spät. Motor kaputt, Mügel kaputt. Ich segel hier nur noch vor mich her. Ich komm, ich komm, ich komm. Gibt's doch nicht, treff den nicht. Der ist ja immer noch hinter die Herde, einer, oder? Oh, ist der dumm. Der ist schön an der Wand zerschellt. Botze ich noch mal drauf. Ah, der ist auch weg. Botze ich auch noch mal... Oh! Was ist das denn hier für ein geiler Tunnel, hier? Wow! Wie lädt man noch mal nach? Das hab ich schon wieder vergessen, weil ich das Spiel so lange nicht gespielt hab. Set? Ja. Ah, danke. Was ist hier los? Oh! Biofighter hinter dir. Alter, mach den mal weg hier. Jo, flieg mal in Richtung Spawn. Dann komm ich dir entgegen. Oh, der snackt mich doch, Ray. Nein, 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 nein. Bleibt nur vier. Ray ist hier. Da ist er down. Hast du ihn gekillt? Jo. Ja! Das ist er, du! Schönes Manöver. Hey, mein Ding ist rot hier und es ist immer noch einigermaßen wenn. Klingt auch geil. Mein Ding ist rot und es ist noch wenn nicht. Es ist noch wenn nicht. Hm. Beam Ben ist über dir, Ray. Versuch da mal hinzukommen. Hilft mir, helft mir! Ich bin hinter euch. Du altes Kanonenfutter. Oh, zieh hoch das Ding. Hab ihn? Boah, der ist ja immer noch hinter mir, ja? Ah! Was macht ihr denn? Warum hilft ihr mir nicht? Oh, der ist kaputt. Sehr gut. Blöder Panarin. Uh! Tschüss Flügel. Der muss man verstehen, solange ich nicht abgeschüttet bin. Nein! Durchladen! Nochmal töten mit einem Flügel. Da geht noch was. Tja. Aber durch die Daten, bevor ich runtergekommen bin. No, immerhin. So, jetzt packen wir mal die dickere aus. Die 109. Wow, wow, wow. Das war knapp hier. So, Ray, was ist da los? Was machst du da oben? Ich versuche ein bisschen an Höhe zu gewinnen, vielleicht. Schaffe ich es dann bis zu den Schiffen. Mhm. Steven, wo steckst du? Oh, ich... Äh, krasser Fight. Wo bist du denn? Äh, ganz weit weg. Ich habe keine Ahnung. Ich habe... Dann mach die Standard-Taktik. Links, rechts, versteck die Maus, oder was? Ganz genau. Damit du kommst. Dass ich hier sterben musste, das war ja klar. Aber... Es war episch, ne? Eieieiei. Die brauchten ein Opfer. Die brauchten ein Opfer. Ein Blutopfer. Na gut. So, meine besten Fliegel sind weg. So, wo ist der Typ? Oh, oh, oh. Wir kriegen tierisch aufs Maul, ne? Ist der schon tot? Wisst ihr das eigentlich? Niemals. Doch. Eigentlich so ein bisschen. Wir kriegen extrem aufs Maul gerade. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. nicht sein. Sag mal, René, was machst du da eigentlich? Ich kill gerade ein paar Gebäude. Sehr gut. Hier, Fahrzeuge und so ein Scheiß. Bam! Eigentlich mal was kaputt geschossen hier. Ach du Scheiße, was kommt hier denn alles an? Ja. Oh ne, der Pillbox, da brauche ich gar nicht draufhalten. Du seid wahrscheinlich weit, weil teckend. Steaman, ich habe gerade über den selbenen Tag mitgehabt. Du hast mir gerade meinen Kill geklaut, ne? Nein, nein, nein. Ne, ich habe den Kill bekommen. Ich habe den Kill bekommen. Weh, ich habe auch einen Kill bekommen. Ja. Ja, ha. Du cheatest doch. Ich habe jemanden anders im Teil. Enemy Kill is this, habe ich gesagt. So, Airwind Strike, dreifach. Sauber, ich bin hinter dir. Du hast einen, ne, ich darf es keinen am Arsch kleben. Aber hier ist auch keine Zeit für. Wow, wow, wow. Was ist hier denn los? Hast du was am Arsch oder was? Ja, ich bin bei dir am Arsch, aber... Du bist im Arsch. Am Arsch. Na, beides. Ich versuche mal so zu drehen, dass ich den kriege. Das könnte klappen, der hinter dir ist. Hinter mir ist einer? Oder ist das hinter Ray? Ne. Einer von euch beiden hat einen richtig schönen Arsch. Ja, das bist du, Steven. Ja, dann hilf mir. Mach ihn weg. Wo ist er denn? Oh, geil. Ich bin so gut. Das war ein Manöver für die Götter. Ich habe ihn zwar nur angeschossen, aber ich bin hoch geflogen. Gerade hoch. Ja. Hab aller Captain... Ja, ist mir egal. Aller Captain Baloo. Captain Bob, 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 Bob. Ja, habe ich das Gas weggenommen. Er ist das Ding gerade wieder runtergekippt und ich habe ihn ins Target bekommen. Ah, ich habe ihn immer noch am Arsch kleben. Was? Boah, 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 boah. Komm, beschieß ihn mit Ananas nur. Hm. Boah, 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 und zack, ist die Gema da. Ne? Ah. So, ich habe einen Bomber. Ich gehe jetzt auf Bodenziele. Müssen wir doch mal hier. Ja, wir werden mal ganz sinnvoll. Aber ich will noch ein paar Leute zerruppen, ey. Mit dem Flieger macht das richtig Laune. Ich will der Spiel gewinnen hier. Ja, ich will beides. Aber erst mal will ich noch einen töten. Alter, das sieht gerade extrem scheiße aus, nehme ich für uns aus. Den kill ich jetzt. Und nicht umdrehen. Fuckin' Kipp. Nein. Er hat mich gerammt. Nein. Ja, ja. Tschüss. Einen haben wir ja noch. So, kriegen wir den Spieß mal um. Yeah. Zwei Cargo-Schiffs erledigt hier, ne? Gut hier. Oh, jetzt habe ich den Flügel verloren. Brauchst du nicht. Brauche ich ihn nicht. Ich habe noch beide Triebwerke. Alles gut, ne? Wow. Ach, verdammte Axt. So, jetzt habe ich nur noch... Ach, ich habe die BF-110 noch. Alter Schwede. Fighter Hunter. Fünf Stück in Folge. Was meinst du? Ich habe fünf in Folge. Ich habe gerade Fighter Hunter bekommen. Fighter Hunter. Wenn ich jetzt da... Was ist der denn jetzt? Hast du ihn gerade gekillt, Ray? Ja, der ist tot. Das sollte doch mein Sechster werden. Dann nimm den hinter dir. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Die Map gefällt mir auf jeden Fall, ne? Ja. Die ist richtig nice. Mach ihn, bearbeite ihn vor, Ray. Ja, dann hol ihn dir jetzt. Klopf ihn gleich. Ups. Ja, ups, ist er down, ne? Nein, er ist wirklich down. Du Pisser. Ich war das nicht. Nein. Ich musste nachladen. Oder MG überhitzt oder so. Ich habe nicht drauf geachtet. Oh, hier kommen drei. Jo, das war nicht so gut. Ich bin so tief geflogen, dass ich meine eigene Bomben nicht selber zum Explodieren gebracht habe. Das muss so sein. Verdammt. Verdammt. Ich kacken. Nö. Lad durch. Hier ist so viel Kanonenfutter. Scheiße, ich habe mich mit dem Fallschirm schieben. Mein Flieger ist schon zu sehr im Arsch. Oh, jetzt zerwuppen die mich. Oh. Zieh ihn hoch. Nein. Oh, du bist ganz schön, du bist Zweiter, René. Ja, aber mit ohne Flügel. Ich habe doch gesagt, ich own hier. Ich habe schon sechs Dinger da vom Himmel gefecht. Oh, oh. Guck mal, jetzt gewinnen wir auch noch. Wir drehen das. Ich habe ein Problem. Ah, okay. Oh, Ray, du bist da sowas von tot, ey. So viel am Arsch kleben. Oh, ich merke das. Ja. Ich versuche mal ein paar Bomben abzuwerfen. Mach das, mach das bloß. Oh, der Felsen ist mein Freund. So, wo muss ich hin? Da hinten ist nur alles. Die sind ja richtig weit auseinander, die Punkte. Eieiei, das war's. Verdammt. Ja. Ja. Ich habe kein Flugzeug mehr, ne? Ja, dann guck den Meister beim Fliegen zu. Das mache ich doch gerne. So, wo bist du denn? Da ist zwar nichts. Oh, schöner Flieger. Ich weiß, wenn man hier an die Targets kommen würde. Wo sind denn die Targets? Die sind doch links, Mann. Nein. Ach so, was ist denn? Die fliegen in den Targets da. Ach so. Erstmal einen Abschuss machen. Ja, der muss ihn auch mal treffen hier. Gute Idee. Halt die Schnauze, Ray. Guckst du mir auch zu? Ja. Ich habe ihn getroffen. Einmal kurz. Ja, wenn er nach 2000 Kugeln verschießen würde. Was? Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, pass auf. Der holt mich. Nein. Oh, hat er den Flügel verloren? Schnell Bomben abwerfen. Jawohl. Knall das nochmal ein bisschen. Immer eine schicke Explosion, ne? Ja. Keine Angst. Ich habe noch vier Flieger. Ne, echt jetzt? Ja. Quatsch. Nein. Kamerad unterwegs, der Typ. Hallo. Oh, was haben wir denn hier? Die B0 hast du noch? Nee. So. Ja. Wo haben wir denn hier auf der Karte noch was? Links. Auf diesen Bergkante. Aber du hast jetzt keine Bock mit, oder? Ja. Nee, aber die hier. Das ist doch bestimmt noch was anderes außer so eine Pillbox, ne? Nee, das sind Medium Tanks, ne? Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Wir probieren es aus. Ja. Probier es. Ja, wenn es Ray sagt, dann wirst du es stimmen. Vergiss es. Ray hat keine Ahnung von dem Spiel hier. So, ich muss klicken es genau rein. Oh, was machst du da? Uh. Da kommen so viele Ziele noch, ja? Ja, die sind schon kaputt. Die habe ich schon weggeworfen. Ja, nochmal draufhalten, falls da noch Überlebende drin sind. Und siehst du hier, hast du diesen Feuer, dieses Lagerfeuer gesehen? Mhm. Mhm. Das war ein Flieger von mir. Toll, ne? Mhm. So schön gemacht. Boah, ich komme da nicht dran. Überlebende ist schön warm. Die kriegst du nicht kaputt damit. Vergiss es. Aber geiles Manöver. Hä, was fragt dich da eine? WP Radolf? Was heißt denn WP? Ich weiß es nicht. WordPress. WordPress. Wellplay. Wurstplay. Wurst. Lecker Wurst. Kannst du nicht sagen. Also, das kannst du noch so häufig versuchen. Das kriegst du nicht. Nein, pass mal auf, bis meine Kanone gleich wieder ready ist. Ready? Also bei dem Flugmanöver, was ich gemacht habe, meint er wahrscheinlich wellplayed. Ja, du hattest, glaube ich, auch fünf Stück am Arsch kleben, ne? Also, also, das sieht gut aus von hinten. Von hinten geht er doch immer gut aus. Das wird nichts. Oh man. Du schreibst auch gerade einer, he-ment, wellplayed, and thanks for the safe. And thanks for the safe. So sind wir, ne? Wir sind ja selbstlos hier. Stumpf, aber selbstlos. Jawoll! Oh, 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 oh. Oh, da war ja noch einer. Oh, je, je. Wow. Der dreht auch, ne? Der ist übrigens wendiger als du. Ja, egal, nehme ich jetzt mal den hier. Oh, der kommt. Jetzt bin ich wendiger. Guck dir die kurzen Flügel an. Was meinst du, dass ich damit für Kurven reißen kann? Ja, und der Raketeneintrieb, ne? Falsche. Niemals. Tja, jetzt wurdest du gelöscht. Gosh, ey, ich habe außer sie in der Falco eingepackt, weil ich hin und her geswitcht habe. Was soll ich denn mit der noch? Ach, die Clip-Tanks fertig. Soll ich da mal reinstürzen? Äh, nee. Reicht auch bei dem Ding. Ja? Quatsch. Du Arsch, ich hätte das jetzt gemacht. Hälfte Stuka, Mann. Der hat Bomben. Die Stuka muss überleben. No. Oh. Aber eine knappe Küste. Ja, aber hallo. Dafür, dass ich mal versucht, auf den Medium zu schießen, hätten wir es vielleicht auch... Ich habe sieben Flieger vernichtet. Ja, nicht schlecht. Ja, schöne Runde. Ja. Hat mir auch sehr Spaß gebracht. Endlich mal wieder. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Und... Ja, keine Ahnung. Gray, sag was. Äh, tschüss. Ja, sehr gut. Bis dann. Abonnieren nicht vergessen. Richtig. Kommentieren. Kommentieren. Liken. Alles. Gut. Dann, hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.